Es gibt Rösti. Meine Lieben, Rösti. Und wenn ihr richtig gute Rösti machen wollt, müsst ihr die Kartoffeln, schaut mal her, der Länge nach reiben. Der Länge nach reiben, dass die einzelnen Raspeln lang sind. Je länger die Kartoffeln raspen, desto besser hält das Rösti zusammen. Okay? Also, zack. Supergeniale Röstireibe im Übrigen. Tolles Teil. So, jetzt das Ganze in ein schönes Küchentuch und mit entsprechender Kraft die Kartoffeln ausdrücken. Da geht das Wasser raus und die Stärke. Und jetzt ist ja noch überhaupt kein Akt. Aber das Rösti, was ich hier mache, ist so das beste Rösti, was man sich überhaupt vorstellen kann. Wirklich was das Rösti vorsichtig in die Pfanne legen. Ganz locker. Da ist jetzt Öl drin. Ja, ganz normales Klazenöl. Und dann kommt das Rösti, beziehungsweise die Kartoffeln ganz vorsichtig rein. Ja, locker. Und dann idealerweise mit dem Löffel ein bisschen in Form drängen. Aber nur so ganz leicht, ja? Hier in unserer Sensationspanne. Okay? Und jetzt? Jetzt kommt das Öl quasi durch die Kartoffeln durch und macht das Rösti anschließend super knusprig. So, Gemüsepaprika. Also, Paprika, Staunensellerie, ja? Vielleicht ein bisschen Chili, ja? Und die Gemüse, die werden jetzt schön klein geschnitten, ja? Gewaschen Sinsel und schön in Würfel schneiden. So, dann, ja, die Chili, die dürfen natürlich nicht fehlen, ja? Ihr kennt das Spiel ja, ja? Da hinten sind sie scharf. Hier vorne eher mild, weil da gibt's keine Kerne, ja? Ja? Man hört ja, erstaunet. Deswegen sind die Kameraden hier nicht so scharf. So, und jetzt schön in Würfel schneiden. Die Chili mit dazu. Dann, wie wär's mit ein bisschen Knoblauch? Dann eine Avocado, den Riemen. Oh Gott. Sehr witzig, ja? Sehr witzig. Aber ist halt so. Einmal drehen, Avocado, Fruchtfleisch raus. Ihr kennt das Spiel ja. Und jetzt kommen die Gemüse erstmal hier in die Schüssel rein. Die Avocado werden auch sehr klein gehackt. Und jetzt kommt ein hartgekochtes Ei hier mit rein. Und so hartgekochte Eier heißt jetzt nicht, dass man so ein Ei eine halbe Stunde hart kocht, sondern wirklich nur, ja, so sechs, sieben Minuten maximal, dass es nicht so ganz trocken wird und die Eier reicht, wenn man sie so ganz grob packt. Okay. Zack. Reinert. Einmal sauberes Messer, saubere Hände. Und jetzt kommt noch dazu. Etwas, ja, mediterranes Gold. Frischer Parmesan. Und zum frischen Parmesan kommen noch ein paar andere Zutaten. Aber vorher, kommen wir her, wird das Rösti gewinnt. Das ist jetzt schön knusprig. Achtung. Ihr könnt das irgendwie so machen. Nee, zum Beispiel. Ich mach's so. Sicher ist sicher. Meine Lieben, zurück zum Rösti. Da kommt ein Schlückchen Mayo rein. Und jetzt, im Prinzip, das Allerwichtigste. Und ich hab ja in meiner eigenen Range, wirklich, ich muss da fast niederknien, weil der ist so genial. Ein ganz, ein cremiger Senf. Schaut mal her. Ein ganz cremiger, toller Honigsenf. Und der kommt hier rein. Bisschen Pfeffer noch dazu. Und jetzt haben wir einen schönen Gemüse-Dipp. Es gibt nämlich dieses Rösti mit Gemüse-Tartar. Okay, schau mal her. Farbenfroh. Und jetzt nicht so bis zur Halsklausemanschen, sondern wirklich das Tartar schön im Ganzen lassen. Sehr lecker. So, ach, Mensch Gott. Da sind ja Tomaten noch. Mit dem Laserschwert geht das ganz gut. So, komm. Die kommen auch noch rein. Et voilà. So. Batsch, boom, bang. In der Ausarme. So, das Rösti ist fertig. Und jetzt macht ihr Folgendes. Wenn das Fett hier so ein bisschen durch die Kartoffeln zieht, dann ist das Rösti hier richtig schön fertig. Und kleiner Ligana-Trick. Ihr nehmt so ein Küchenkrepp. Und dieses Küchenkrepp ist jetzt dazu da, um das Ganze, um das Rösti eben schön abklopfen zu lassen. Und dann macht ihr das so. Geht ihr vorsichtig mit so einer Spachtel in die Pfanne und lasst das Rösti so ein bisschen ausklopfen. Richtig von oben runterfallen lassen. Und jetzt ist das Rösti eben fettfrei. Und richtig schön knusprig. Okay? Bding, bding, bding. Das wird angerichtet. Hört mal her. Knusprig. Das ist im Prinzip wie so ein Kartoffelchip. Fein knusprig. Einmal, zweimal, dreimal. Und obendrauf kommt jetzt das Gemüse-Tartar. Da soll mal jemand sagen, ohne Fleisch geht nichts. Das ist saumäßig lecker. Das quatscht so ein bisschen und ist einfach total gut. Und das Ganze heißt, Hänses Blitzrezepte. Aus dem Buch, hier. Hier, da sind die Rezepte drin. Spiegelbester, Freunde der geprägten Kochkunst. Das ist genial. Ich war ein ganz, ganz, ganz großer Fleischwellen. Schon immer. Aber ich esse viel mehr Gemüse. Das würde ich euch auch empfehlen. Großes Glas Weißwein dazu. Und der Abend kann kommen. Servus.